versuch geglückt antonia elena ist wieder schwanger endlich gute nachrichten für antonia elena die influencerin und ihr partner christian wolf versuchen schon seit einigen monaten eltern zu werden im april verkündeten die beiden fitnessfreaks freudige nachrichten sie erwarten ein kind doch die euphorie war leider nur von kurzer dauer denn sie verloren den embryo schon in der sechsten schwangerschaftswoche jetzt gibt es aber grund zur freude denn antonia ist wieder schwanger bei instagram teilt sie ein süßes video aus der kinderwunschklinik ungeduldig sitzen toni und chris im wartezimmer als der arzt mit erhobenen daumen aus seinem zimmer kommt heißt das ja fragt der unternehmer ungläubig und bekommt ein nicken zur antwort die beiden fallen sich überglücklich in die arme wir sind schwanger schreibt die blondine zu dem post dazu teilt sie noch ein foto eines positiven schwangerschaftstests vor wenigen monaten verrieten die beiden netzstars gegenüber promiflash weshalb sie ihren kinderwunschweg so detailliert mit ihrer community teilen es haben uns so viele leute geschrieben aus dem privaten umfeld leute die drei kinder haben wo man es nie erwartet hätte die davor aber sechs fehlgeburten hatten gab chris zu deswegen würden sie hoffen einige leute damit abholen zu können die ähnliche probleme haben aus sum Ettlich am 25 Jahren machen wir jetzt zum einfachen machen wir sehen wir schauen wir kurz sagen wie dann